Hallo, endlich mal wieder ein Video vor mir. Ich weiß, ich hatte versprochen, dass viel schneller ein Video wieder kommt, aber das habe ich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht geschafft, denn meine Krankheit macht meine Pläne immer zunichte. Kann da halt nix für, ist halt so, war ein kurzer Krankenhaus auf dem Halt und man fühlt sich so auch immer unwohl, also dann habe ich nicht die Kraft unten was an der Anlage zu machen. Ja, dann kommt noch hinzu, ich hatte den November Geburtstag und ja, über Weihnachten und Neujahr müssen wir uns nicht unterhalten, da macht man viel mit der Familie. Ja, und dann habe ich noch andere Interessen, die ich auch noch ab und zu mal wahrnehme. Gut, ja, der letzte Stand meiner Anlage, das habt ihr gesehen, das ist das letzte Video, mehr ist auch darauf nicht passiert. Ich fange jetzt vermehrt an, nächste Woche damit weiterzubauen und sobald ich da was habe, werde ich auch ein Video auf YouTube hochladen. Aber um euch nicht zu langweilen, nur mit meinem Gequatsche habe ich gedacht, ich mache mal ein kleines Fahrvideo. Ist jetzt nix besonderes, ich muss die Gleise auch noch richtig sauber machen. Ich habe die nur erstmal kurz mit dem Staubtuch sauber gemacht, aber an der einen oder anderen Stelle ruckelt es noch. Ich glaube, das werdet ihr auch sehen, wenn die Züge fahren. Ja, dann wünsche ich euch erstmal bei dem Video viel Spaß und sage mal bis demnächst. Tschüss! Musik 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 Untertitelung. BR 2018